Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12493 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bin ich hier richtig? Ich soll hier eine Neonlampe anbringen. Bin ich hier richtig? Ich soll hier eine Neonlampe anbringen. Unsere Zusammenarbeit hat zu einem erfreulichen Ergebnis geführt. Schau mal hier. Unsere Zusammenarbeit hat zu einem erfreulichen Ergebnis geführt. Schau mal hier. Am Horizont erheben sich majestätische Berge, die von der aufgehenden Sonne golden angestrahlt werden. Am Horizont erheben sich majestätische Berge, die von der aufgehenden Sonne golden angestrahlt werden. Die Bank hat mir eine neue Kreditkarte geschickt. Marias Haltung strahlt Zuversicht und Entschwürsenheit aus. Marias Haltung strahlt Zuversicht und Entschwürsenheit aus. Marias Haltung strahlt Zuversicht und Entschwürsenheit aus. Bitte bestätigen Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Bitte bestätigen Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Bitte bestätigen Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Die Kosmetikerin führt eine Hautbehandlung mit einem elektrischen Gerät durch. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Wenn Sie die Lieferung erhalten haben, können Sie die Lieferung erhalten haben. Dann klicken Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Vielen Dank.